Hallo und herzlich willkommen zum Wochenausblick von tradingportal.net und in dem Wochenabschluss haben wir uns wieder gehalten, sind wieder hochgelaufen, bis hin der Happy Friday und die große Hoffnung, es geht wieder Richtung Allzeithoch. Die kleine Delle ist ausgebügelt und alles ist wieder bestens. Die Märkte feiern etwas, ja was feiern wir? Wir feiern die schwache Konjunktur. Hurra, endlich trübt sich die Konjunktur ein. Der Arbeitsmarktbericht ist endlich schwächer ausgefallen. Das ist doch das, was wir sehen wollen. Bad News, Good News oder denn schlechte Nachrichten sind gut wahr. Das heißt, die Zinswende, die erste Zinssenkung kommt nun doch endlich, worauf wir jetzt schon seit einem Jahr mal schauen. Ist es der März, ist es der Juni, ist es vielleicht der September, ist es irgendwann doch mal soweit. Der Fokus ist komplett auf die Geldpolitik, richtig komplett auf das Thema Inflation und die erste Zinssenkung. Und man sieht eben nicht in dieser Freude über die Bad News, dass in dieser Zeit ein richtig fetter und tollpatschiger Elefant den Raum betreten hat, der für richtig Unheil sorgen kann und der vor allem in der Historie immer für Unheil gesorgt hat. Und da schauen wir uns heute nochmal etwas genauer an. Wirklich auch das historische Bild. Schauen, wo wir stehen. Schauen, was passieren kann. Und dass der Markt, der aktuell zu sehr fokussiert ist auf die Frage, wann gibt es eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, die komplett nebensächlich ist, ob das ein Monat früher, ein Monat später ist. Aber die Frage, warum das dann sein muss, die wird aktuell nicht gestellt. Aber das könnte sich sehr bald ändern. Vor allem dann auch mit den nächsten Datensätzen, wenn die wieder genauso schwach ausfallen. Aber das schauen wir uns Stück für Stück an. Wir gehen jetzt einfach mal hinein in die vergangene Handelswoche. Mittelswoche, blicken wir mal hier drauf. Den Short-Check für den DAX hatte ich ja schon gebracht. Für die US-Indizes folgt er dann auch noch. Vermutlich aber erst am Montagvormittag. Für alle, die diesen Kanal abonniert haben, dann auch exklusiv. Also Abo klicken, nicht verpassen. Ansonsten verpasst ihr wichtige Informationen. Und hier sehen wir den Wochenverlauf an der Wall Street noch. Es war ein bisschen volatil. Wir hatten hier erst das FOMC-Meeting, die Beschlüsse der US-Notenbank Fed. Ja, letztendlich ziemlich in den Erwartungen, die ja doch schon etwas sehr restriktiv waren. Und dann in dem Wochenschluss hinein, da hat man es geschafft, dass die US-Indizes dann ins Plus geschoben sind. Mit den schwachen US-Arbeitsmarkt bricht endlich die Eintrübung. Es geht ja endlich voran mit der Schwäche in der Konjunktur. Das möchten wir haben. Dieser hat das Positive. Er hat dann letztendlich für den positiven Wochenabschluss gesorgt. So, Small Caps, die Nebenwerte der Outperformer gewesen. Und der S&P 500, ja, mit einem halben Prozent Wochenperformance war der Underperformer. Der Rest der großen Indizes knapp ein Prozent im Plus. War nicht so dolle. Der DAX sogar im Minus geschlossen. Aber wie gesagt, den haben wir ja schon im Short-Check besprochen. Schaut euch dieses Video gerne an. Oder abonniert diesen Kanal. Also Gegenbewegung gesehen, hochgelaufen. Was wir auch gesehen haben, ja, das stand ja auch ein bisschen in den Raum, nachdem wir die drei Wochen in Folge mit Verlust geschlossen haben. Wir haben jetzt zwei Wochen eine Erholungsbewegung gesehen. Ja, und die Most Shorted Stocks, ja, die sind auch mit ordentlich nach oben gelaufen. Die haben den größten Squeeze aus der meisten leerverkauften Aktien, wo die Beherren wieder rausgedrückt haben, den größten Squeeze seit zwei Monaten und der größte zweiwöchige Squeeze seit Januar 2023. Also stand ein bisschen im Raum, nachdem wir diese drei Verlustwochen hatten, dass das eben auch passieren kann in Richtung der Ausbruchzone. Das hatten wir ja auch besprochen nach diesem Verlust reichen drei Wochen. Und dort sind wir jetzt endlich auch angekommen. Das sehen wir hier nochmal in unserer altbekannten Grafiken, S&P 500 Future im Tagesschart. Das sind wir ja runtergefallen mit der aktivierten SKS-Formation, haben die 100-Tage-Linie getestet. Der Rebound zur Ausbruchzone zur 50-Tage-Linie, das sollte ja die Handelsspanne sein. 100-Tage-Linie zur 50-Tage-Linie stand im Raum, musste man selbst im bärischen Fall einplanen. Und das haben wir jetzt gesehen. Dort sind wir pünktlich in den Wochenabschluss, haben wir dort geschlossen. Das ist die obere Verbindungslinie. Man kann ja durchaus auch einen bärischen Keil erkennen, wenn wir jetzt hier Schwäche sehen. und eben als Kombi-Widerstand mit der 50-Tage-Linie, diese Keilbegrenzung, horizontaler Support, beziehungsweise jetzt Widerstand ebenso, also von der Nackenlinie dieser SKS-Formation, also ein Dreifach-Widerstand. Und die Rebound-Zone ist immer genau, im Future haben wir das genau am Freitag dann abgearbeitet. Also ist das so viel momentan für die Bären, dass sie schon aufgeben müssen? Nein, eigentlich ist das hier die Zone, wo die Bären jetzt wieder kommen müssen. Ab hier müssten sie jetzt eigentlich wieder kommen, wenn sie Interesse haben an den Trendwechsel. Hier die höheren Tiefs. Da steht es höhere Tiefs ausgebildet, da steht es höhere Hochs ausgebildet. Hier war die Frage, ist das noch aktiv? Da haben wir schon die Zwischen-Tiefs unterschritten. Und ja, drehen wir hier ab, dann haben wir eben das Muster. Tieferes hoch, tieferes hoch, tieferes hoch, tieferes tief, tieferes tief, tieferes tief. Also der Trendwechsel bestätigt. Nur hier stehen wir. Also wir stehen an der Maker-Break-Zone, haben wir die Woche beendet. Dieser Rebound stand im Raum, diesen haben wir gesehen. Und drüber sind wir noch nicht. Also das ist jetzt noch nicht der Gewinn der Bullen, obwohl die Kommentare jetzt schon wieder sehr, sehr bullisch waren in meiner Kommentarspalte. Die Bullen müssen hier rüber. Wenn man hier rüberkommt, ist auf alle Fälle die Chance gegeben. Beim S&P 500 Richtung 5200 auf alle Fälle wäre dann die nächste Spanne. Und da könnte man an den Jahreshochs wieder volatil agieren. Vielleicht auch ein großes Doppeltop dann wagen. Zumindest erstmal anstreben. Aktivierung ist immer eine ganz andere Frage. Aber dort muss man erstmal rüber. Wenn wir hier jetzt Schwäche haben, dann kann es hier auch wunderbar ABC richtig Abgabedruck noch geben. Also die entscheidende Zone, dort sind wir angekommen. Jetzt erst angekommen. Der Durchbruch war das nicht. Also zu früh sollte man sich jetzt auch schautechnisch nicht freuen. Man bräuchte hier jetzt Dynamik hinein. Am besten per Aufwärtsgap wieder rein in die obere Range. Jeder Abpraller, dann bleiben wir A in der Range der 100-Tage-Linie. Die ist jetzt ungefähr 5000, äh 50, äh doch 100 Tage bei knapp 5000. 5000 verläuft sie. Bei Bruch kommt der nächste Abwärtsimpuls. Und es würde mich nicht wundern, wenn man dann direkt bis 4850 durchgereicht werden. Also hier Mega-Break-Zone angekommen. Abpraller und der Trendwechsel wäre bestätigt. Also zu früh sollte man hier noch nicht bullish werden. Auch beim Nasdaq zu sehen, der Rücklauf auch hier, so 50-Tages-Linie erfolgt, am Freitag getestet. Da sind sie auch an der Horizontalen wieder angekommen, um die 17.850. Ja, ziehen wir hier durch, dann wäre die Chance gegeben, 18.150, 18.400, dem Jahreshoch. Da hätte man wieder die obere Range. Aber Schwächetendenz in diesem Bereich, ich hätte ja so eine SKS-Formation schon eingezeichnet, dass man diese dann auch weiter ausbilden könnte. Aktiviert, eine ganz andere Frage. Aber die könnte man sich volatil in dieser Range weiter dann aufhalten. Die dann bis, ah, sind so knapp 800 Punkte, die man da haben könnte. Und es wäre auch nicht verkehrt fürs Trading. Ein bisschen volatil hoch und runter wäre das aktiv. Und dann mal schauen, da sind wir auch hier am 2022er Aufwärtstrend. Und dann ist das, so gleich die Nackenlinien, die würden sich dann um die 17.000 treffen. Wäre dann so eine entscheidende Mega-Break-Zone auf der Unterseite. Also wenn wir hier Schwäche jetzt haben, Problem haben, nicht über die 18.000 zu kommen. Dann muss man davon ausgehen, dass man diese Range hier weiter volatil halten werden. Aber wie gesagt, den US-Chart-Check, den schauen wir uns ja sowieso noch an. Hier mal ganz kurzer Blick noch in den Dow Jones im Wochenschart. Jede Kerze eine Woche. Hier ist die Anstiegsbewegung von Herbst letzten Jahres, die wir ja konsolidieren sollten. Und hier waren die drei Verlustwochen, wo dann die Gegenbewegung kommen sollte. Am besten aber eine schwache Gegenbewegung. Und diese schwache Gegenbewegung, die ist bisher aufgekommen. Dass wir jetzt sehen, jetzt waren die drei Verlustwochen, die Stabilisierung. Und jetzt laufen wir hier hoch. Ist das schon zu stark? Ist das schon zu viel? Ich hatte es ja auch gesagt, zum Monatswechsel, nachdem der April so schwach war. Im Mai muss man auf alle Fälle mit der 39.000 rechnen. Und dort sind wir jetzt fast hingelaufen, noch nicht ganz. Aber an dieser Zone stehen wir jetzt. Und ja, und zu viel ist es nicht. Ich habe ja so eine ABC-Bewegung eingezeichnet. Diese erste Abwärtswelle, dann die Erholung. Das ist ungefähr das 50er Fibulevel, wo wir angekommen sind von dieser Abwärtsbewegung. Das ist noch nicht zu viel. Das ist einfach noch nicht zu viel für die Bühne. Da muss noch was draufgepackt werden. Deutlich. Von hier kann der Bär noch attackieren. Obwohl das ja auch übergeordnet wichtig ist. Das ist eine Bullish-Bewegung. Das wäre dann eine Bullish-Konsolidierung. Aber hier drin wäre dann so ein weiterer Arm in den Bereich der 37.000 wäre dann definitiv fällig. Also hier stehen wir aktuell mit dem Dow Jones Abwärtswelle. Zwei Wochen mit drei Verlustwochen folgen. Jetzt haben wir zwei Wochen eine kleine Erholungsbewegung gesehen. Und diese Erholungsbewegung ist noch nicht zu stark. 50er Fibulevel ist nicht zu viel und auch nicht zu dynamisch hier. Also die Chance unterhalb der 39.000 doch wieder Abgabedruck zu sehen, ist eher erhöht. Aber auch das, wie gesagt, schauen wir Stück für Stück dann im Fallcheck für die US-Indizes an. Die Big 7 haben auch profitiert natürlich. Vor allem jetzt wieder Apple hat ja die Zahlen in der vergangenen Woche präsentiert. Apple ist nach oben gesprungen, weil die Zahlen so gigantisch waren. Eigentlich nicht. Man hat mehr oder minder Kurspflege betrieben. Die Big 7, also die hoch marktkapitalisierten sieben Tech-Konzerne im S&P 500, haben mit ihrer Spitzenstellung von knapp 30% Anteil. Also sieben Unternehmen im S&P 500, wo 500 Unternehmengeliste sind, haben schon knapp 30% Anteil. Das ist schon eine Ansage. Die bewegen dann auch die Märkte. Aber die ganz großen, viele dieser Unternehmen haben, NVIDIA fehlt noch, haben jetzt schon gemeldet, da könnte diese Volatilität etwas herausgehen, dass die hohe Marktkapitalisierung sich so massiv bewegt. Und nach den Earnings zuletzt ist das ja fast schon Standard geworden, dass man so eine Schwankungsbreite von fast 10% haben muss. Meta hat ja sogar noch deutlich mehr gehabt. Und das bewegt dann den Markt mit. Und dieser Sonderfaktor geht jetzt aber heraus. NVIDIA als nächste Woche noch nicht hat. Übernächste Woche müsste NVIDIA melden. Und das wäre der letzte große Big Tech, der auch die Kraft hätte, den gesamten Markt immer etwas mit zu bewegen. Hier nochmal Apple zu sehen. Der Tesla-Moment hat man einfach nicht mal viel erwartet. Bei Tesla, die wurden ja abverkauft, bitterböse, über 40%. Da hat man einfach nicht viel erwartet. Dann kann man auch mit schlechten Earnings, da gibt es mal ein gutes Wort von Elon Musk, da kann man damit dann positiv überraschen. Bei Apple, ja was war es bei Apple? Ja, ich glaube fünf der letzten sechs Quartale hat man ein negatives Umsatzwachstum gehabt. Also für einen Tech-Konzern hat Apple schlicht und ergreifend ein Problem mit der Wachstumsstory, weil die Wachstumsstory einfach nicht vorhanden ist. Trotzdem nach oben. Warum? Dividendenboost hat man verkündigt und natürlich Buybackboost, Aktienrückkäufe auf Rekordniveau ausgedehnt. Das freut natürlich. Das pusht den Kurs. Immer weniger Aktien bei großer Nachfrage. Da treibt das natürlich den Kurs nach oben. Der Gewinn je Aktie sieht besser aus, weil immer weniger Aktien, da brauche ich ja kein echtes Gewinnwachstum, sieht trotzdem gut aus. Das pusht natürlich, das ist schlicht und ergreifend gilt das unter Kurspflege, was wir gesehen haben. Hier sehen wir nochmal die Buybacks von Apple. 110 Milliarden werden sie nun beantragt. Das gab es so noch nie in der Geschichte. Überlegt man, was man mit 110 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung anstellen könnte, was die für Innovationen entwickeln könnten. So ein eigenes KI-Modell könnten sie ja auch entwickeln. Stattdessen wollen sie jetzt bei Google oder bei OpenAI, ist auch eine Diskussion. Also von der Wachstumsstory her stimmt da richtig was nicht bei Apple. Aber gut, man hat eben Kurspflege betrieben, um den Kurs zu stützen. Hätte man das nicht gebracht, hätte man Dividende nicht geboostet, hätte man die Buybacks nicht erhöht, dann wäre der Kurs vermutlich weiter abgerauscht. Und das wollte man natürlich nicht. Man hat ja auch einen Ruf zu verlieren. Interessant auch neben Tech in den USA, besser läuft eigentlich China Tech in China. Stunden und Heim, die ziehen die kräftig nach oben. Hang Seng Tech hier zu sehen. Ich hatte mal geguckt, wir hatten ja im März, hatte ich ja gesagt, ich kaufe jetzt auch China ETF, China, MSCI China ETF. Das, was nicht nur auf Tech ausgerichtet ist, plus 24% seit März. Das, dummerweise, habe ich glaube, nach plus 12% die Hälfte schon mitgenommen. Ja, dummerweise, aber trotzdem ordentlich. Aber hätte man noch was mitnehmen können, ordentlich. Also in der kürzester Zeit, China, so im Hintergrund, haben die jetzt auch einen kleinen Rebound gefahren. Die waren ja davor mächtig ausgebombt. Das nur als, ja, so kleine Erinnerung, das ist auch noch was anderes. Es gibt ja außer US Tech, China, natürlich, ja, politisch geprägt, muss man vorsichtig sein. Auch im Thema Geopolitik Taiwan. Aber die sind eben deutlich günstiger bewertet. Und dann gibt es eben gerne mal auch solche Rebound-Bewegungen, weil eben der chinesische Aktienmarkt auch gerne mal von der Politik gestützt wird. Aber kommen wir zur vergangene Handelswahl zurück. Bad News, Good News, was wir ja gefeiert haben. War es denn wirklich so gut, ist die Frage ab. Oder wann ist Bad zu Bad? Wann sind die schlechten Daten dann doch wirklich schlecht oder zu schlecht? Das Muster der letzten Wochen, was wir im April hatten, mit stetig schwachen Konjunkturdaten, hat sich auch in der vergangenen Woche in den Mai hinein fortgesetzt. Wir hatten ja nun beim BIP-Rückgang knapp 50% Wachstumsrückgang. Wir hatten ja über 3%, jetzt um die 1,6%. Und der Arbeitsmarkt, neu geschaffene Stellen, ebenso um knapp 50% eingebrochen. Der ISM, eine der wichtigsten Frühindikatoren in beiden Komponenten im Dienstleistungssektor, verarbeiten das Gewerbe erstmals seit Corona in der Kontraktionszone. Hurra, hurra, das ist ja spitze, dass wir sowas endlich haben. Das sind die guten Nachrichten, da gibt es ja vielleicht einen Zinsschritt. Ja, aber mit dieser Abschwächung, vor allem mit der ziemlich starken Abschwächung, die BIP-Daten waren schon sehr überraschend. Das ist sehr, wo man sagt, oh, die Konjunktur läuft ja heiß. Jetzt ein bisschen über 1% ist es nicht mehr. Und das innerhalb eines Quartals, innerhalb von drei Monaten. Ist das schon eine Frage? Ist diese Abschwächung, die wir sehen, vielleicht etwas zu stark, etwas zu schnell? Diese Frage stellt man sich noch nicht. Man sagt eher, ja, super, die Konjunktur trübt sich jetzt aber schön schnell ein. Das ist ja richtig und gut so. Da gibt es ja eine Zinssenkung irgendwann Ende des Jahres. Da ist der Fokus drauf gesetzt. Und ich glaube, da dieser Weckruf könnte sehr bald kommen, schauen wir uns hier mal den ISM an, den wichtigen Einkaufsmanagerindex, der wichtige Frühindikatoren in den USA. Servicebereich, Dienstleistungsbereich also, und das verarbeitende Gewerbe, die Industrie. Verarbeitende Gewerbe war ja sowieso schon sehr, sehr lange. In den letzten 18 Monaten waren wir 17 Monate in der Kontraktionszone. und der Dienstleistungssektor, der hat immer das Fähnchen ein bisschen hochgehalten. Aber der trübt sich jetzt auch ein. Erstmals auch in der Kontraktionszone, erstmals seit 2022 und erstmals bei der Einkaufsmanager im Negativbereich, also unterhalb der Wachstumsschwelle seit den Corona-Lockdowns. Also das ist schon eine Eintrübung, gerade der Dienstleistungsbereich, der immer das Fähnchen hochgehalten hat. Das ist schon ein Warnsignal, was wir hier haben, dass sich die Konjunktur jetzt doch so schnell eintrübt, aber noch trübt sie sich ein und man freut sich darüber. Könnte sich rächen, denn die Erwartungshaltung an den Märkten, ich habe es immer wieder schon gesagt, für die zweite Jahreshälfte, für die Unternehmensgewinne, ist es weiter sehr euphorisch hoch. Richtig deutlich soll es nach oben gehen, aber trübt sich jetzt die Konjunktursucht stark weiter ein, dann werden diese Prognosen nicht zu halten sein. Dann wird es dieses Wachstum nicht geben, was man ja schon eingepreist hat. Dann werden die Märkte teurer, wo wir uns auf das gleiche Niveau bewegen. Da ist es schlicht und ergreifend eine Bewertungsfrage. Wir hatten es ja auch bei vielen, vielen Earnings. Problem war nicht unbedingt immer der aktuelle Datensatz, es war der Blick nach vorne. Und daraus Unternehmen wie McDonalds etc., die von den Verbrauchern wichtig sind, schwächeln. Viele, viele Warnsignale, die wir letztendlich haben. Und das ist eigentlich das Hauptproblem. Viele schauen es nur auf die Geldpolitik. Kommst du nur diesen Monat, kommst du im Monat früher, 25 Basispunkte runter von 550 Basispunkten. Eigentlich vollkommen egal. Die Frage ist, wird es sein. Wir rutschen wirklich vom Thema Geldpolitik zur Frage der Konjunktur. Und das Thema Konjunktur ist eigentlich bei den letzten Wirtschaftsdaten sehr markant. Aber man fokussiert sich da noch nicht drauf. Man guckt nur beiläufig hin. Ja, passt schon irgendwie. Aber diese Eintrübung ist ein Warnsignal und passt nicht mit der Erwartungshaltung für das zweite Halbjahr. Gerade für die Unternehmensgewinne, wo diese Erwartungshaltung eigentlich euphorisch ist. Da verbrauchen wir ein sehr starkes Wachstum. Und das Wachstum fällt gerade ordentlich nach unten weg. Und das Problem, dass die Zinsdenkungen wirklich so sicher sind, das ist ja, dass hier mit auch nochmal den City Economic Surprise Index, also der die Erwartung misst, ob die Konjunktur da auf der Oberseite oder Unterseite überrascht hat, ob sie stetig auf der Unterseite zuletzt. Und hier hat der für die Inflationsdaten mit den Preiskomponenten beim ISM auch wieder fürs Verarbeiten, Gewerbedienstleistungssektor, Preiskomponente immer deutlich fester. Und der misst dann diese Haltung. Eine kleine Delle haben wir auch drin, weil die Stundenlöhne im US-Arbeitsmarktbericht etwas schwächer ausgefallen sind. Also es war wirklich der einzige Datensatz, der mal diese Richtung gezeigt hat. Ansonsten eigentlich Inflation erstmal ausgebremst, der Abwärtstrend. Und die Konjunktur trübt sich doch rasch ein. Das ist eben die sehr restriktive Geldpolitik durch Auswirkungen auf die Konjunktur. Das sickert so langsam durch. Nur am Markt hat man das noch nicht so richtig wahrgenommen. Das sehen wir im Übrigen auch beim Ölpreis. Das ist ja auch Nachfrage nach Öl ein Thema für die Konjunktur. Wir hatten beim Ölpreis, der ist in der vergangenen Woche an allen fünf Tagen gefallen. Und hat die schwächste Woche gehabt, der seit drei Monaten also deutlich nach unten auch sicher so eine Frage, ist das schon relevant für die Konjunktur? Dauer Transportwesen auch relevant für die Konjunktur. Konjunktursensibler Index auch stark unter Druck geraten. Also hier gehen eigentlich die Warnsignale auf. Aber wir haben alle Markteinanders momentan fokussiert. Thema Inflation, vor allem Thema Sinssenkung und das Thema Konjunktur. Wo jetzt wirklich die Warnsignale aufgeben, wo der dicke Elefant den Raum betreten hat, möchte noch niemand sehen. Und das wird auch mit den nächsten Konjunkturtaten sehr, sehr wichtig werden. Trüben die sich weiterhin ein, dann kommt hier ein Problem. Dann kommt einfach ein Problem, dass sich die Konjunktur viel zu schnell eintrübt und viel zu stark eintrübt. Wir haben aktuell beides. Schnell und stark. Die BIP-Daten, die wir hatten, ein von Q4 auf Q1 um 50 Prozent runter. Das ist ein ordentlicher Schluck aus der Pulle, aus der Negativpulle. Also sehr deutlich und schnell nach unten gefallen und dieser Trend darf sich nicht fortsetzen. Nochmals so fortsetzen, da haben wir schon eine Stagnation. Also das ist, das ist ein Punkt, der momentan noch nicht im Fokus ist und deswegen sind die nächsten Daten umso wichtiger, die dann hereinkommen werden. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ja, die Erwartungen an Zinssenkung sind natürlich hochgegangen, weil der Fokus liegt ja darauf, jetzt vor einer Woche war es noch, ja, einen Zinsschritt gibt es in diesem Jahr. Jetzt ist es am Freitag mit dem schwächeren Arbeitsmarktbericht, sagt man, es gibt noch zwei Zinssenkungen. Es gibt nun zwei Zinssenkungen in diesem Jahr, also von 550 Basispunkten würden wir dann auf 500 Basispunkte fallen. Es wäre sowas von vollkommen egal. Vermutlich kommt es am Ende eh ganz anders. Das Problem ist nur, wenn die Konjunktur so schnell eintrübt und man muss die Zinssenkung dann liefern, und das ist ja die Hoffnung, Bad News, Bad News, Konjunktur schwach, wir werden Zinssen senken müssen. Aber wenn die Konjunktur jetzt wirklich zu schnell, zu stark weiter eintrübt, wird man schnell umkehren müssen. Das Problem ist nur, man kommt zu spät. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Die Verzögerungseffekte der Geldpolitik, sechs bis zehn Monate dauert das, bis die wirken. Da sieht man, oh, im nächsten Pip da, du sagst, oh, jetzt ist wachstum ja fast zum Stillstand gekommen. Was machen wir jetzt unbedingt Zinssen senken? Ja gut, diese Zinssenkungsmaßnahmen, die werden dann 2025 wirken. Bis dahin haben wir wieder die nächsten Quartale um und das Ausbremsen der Konjunktur, das ist dann nicht möglich. Das ist wie so ein riesiger Dampfer, wie die Titanic, die wir nicht gleich im Untergang, aber ganz eben, man sieht den Eisberg, oh, 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 das wird eng umkehren, umkehren. Ja, dann kehrt man um, aber das Schiff fährt erstmal noch weiter und so ähnlich ist das mit der Geldpolitik. Man fährt dann erstmal weiter und bis das wirkt, das dauert und das ist dann vermutlich auch schon zu spät. Das ist wirklich das Problem, wo die Notenbank steht, diesen Spagat hinzubekommen, Konjunktur nicht zu stark eintrüben und trotzdem die Inflation bekämpfen. Das sieht aktuell ein bisschen heiß aus, weil die letzten Konjunkturdaten wirkliche Warnsignale sind. Und das Softlanding ist ja sowas von sicher, aber in der Historie, das sehen wir hier nochmal, war es absolut nicht so sicher. Die letzten Zinssenkungszyklen, die letzten großen 5-Zinssenkungszyklen seit 1990, hier blau zu sehen, ist der Leitzins in den USA. Da rötlich zu sehen, sind die Renditen, Renditen, invertierten Renditenkurven, 10 Jahre und 3 Monate, das ist der typische Rezessions-Trigger, den man hat. Und ja, eigentlich in den letzten 5-Zinssenkungszyklen hier zu sehen, was schon mal auffällig ist, die Zinsen wurden sehr zügig gesenkt, nicht so einmal, 25 Basispunkte, immer wieder extrem zügig gesenkt. Nur diesmal nicht, nur diesmal laufen wir hinten weg, ein bisschen meine kleine Delle, dann geht es weiter. Mal gucken, ob das wirklich so kommt, ich habe ganz, ganz große Zweifel. Aber was wir eben sehen, dass eben von diesen Zyklen, von den letzten großen 5 Zyklen in den letzten 40 Jahren, 30 Jahren, letzten 30 Jahren, ne, doch 30 Jahren, meine Güte, letzten 30 Jahren, dass dann von den 5 Zyklen 4 mit einer Rezession enden, die sind grau so hinterlegt, vor allem aber mit der ersten Zinssenkung erst, gab es diese Rezession, nur 95 gab es diese nicht, aber damals war die Renditekurve auch nicht invertiert. Der typische Rezessionstrigger ging da nicht auf, er war nicht an. Diesmal, ja, diesmal sind wir invertiert, aber sowas, sowas von invertiert, invertiert waren wir seit vielen Jahrzehnten nicht mehr und sind noch nicht zurückgelaufen. Also die Rezession wurde hier noch nicht getriggert. Also das, die Historie sagte definitiv in dieser Mischung mit der invertierten Zinsstrukturkurve, mit der so invertiert wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr, mit der Hochzinsphase, die sagt, hm, also Softlanding ist das Basisszenario, mal gucken, ob das so klappt. Jetzt sehen wir die ersten Konjunkturdaten, die wirklich rasant eintrüben. Noch mal, guckt der Markt nicht noch, noch guckt er auf die Zinsen. Aber bestätigen sich diese Daten weiterhin, auch mit den nächsten Datensätzen, die noch reinkommen, dann wird der Fokus ganz schnell verlagert. Also hier nochmal zu sehen, letzten 30 Jahren, Zinssäkungszügel, A, kommen sie schnell und B, auch vor allem mit der Zinsstrukturkurve in Kombination, immer ein sicherer Rezessionsstricker. Nur diesmal ist es anders. Nun sind das ja die letzten 30 Jahre, wie sieht es denn weiter aus? Gucken wir hier nochmal ein bisschen 50er Jahre zurück. Auch nochmal die Leitzinsen, die waren immer viel, viel höher, das war die Hochzinsphase hier. Was hier auffällt, auch grau hinterlegt, sind die jeweiligen Rezessionen, dass diese gekommen sind. Was auffällt, die kommen alle erst nach dem Zinsgipfel. Mit der Zinswende kommen sie erst, kam die Rezession auf. Das war auch der Grund, warum man hier nicht so ein Mega-Pibu hatte. Die Zinsen müssen wir nicht stark senken, ein Stückchen, langsam, die Konjunktur ist ja stabil, Softlanding. Die Diskussion hatten wir schon häufiger in der Geschichte. Und was war es dann? Oh Gott, sie ist nicht stabil, sie trübt sich ein, wir haben eine Rezession. Und dann urplötzlich gibt es die Zinssenkung, Titanic-mäßig geht es mal aber schnell in die andere Richtung. Nur leider zu spät, weil dann ist die Rezession schon da. Und dann, ja, eigentlich mit, bis die Zinsen am Boden waren, so lange dauerte dann gerne schon mal diese Rezession. Es gab die Ausnahmen, die 90er Jahre hat man ja hier gerade gesehen, aber da kann man ja auch fragen, war der Zyklus da wirklich schon beendet? Oder war der hier erst beendeter Zinszyklus, Zinserhöhungszyklus? Eigentlich war der hier erst beendet. Ja, oder hier drin auch, war eigentlich auch inmitten des Erhöhungszyklus. Also in der Historie, wenn wir die Historie zurückblicken, eigentlich Zinserhöhungszyklen mit invertierter Zinsstrukturkurve ein sehr sicherer Rezessionstrigger. Nur diesmal, diesmal ist es anders. Hier stehen wir nur diesmal, mal gucken, wie es sein wird. und der Fokus liegt auf der Hoffnung auf erste Zinssenkungen und ja, Vorsicht vor ersten Zinssenkungen kann man nur sagen, die letzten Zinssenkungen, die taten nicht wirklich gut und auch nicht gut für die Märkte. So gucken, hier nochmal die Punkte, die letzten Zinssenkungszyklen von ersten Zinssenkungen bis neues Zinsniveau hat 195 Tage im Durchschnitt gedauert und für die Märkte ging es dann 23,5%. Nach unten 1980 hatten wir auch mal eine positive Performance, der Rest wirklich negativ und gerne auch mal größere Abverkäufe von minus 10 bis minus 30%. Hier war natürlich die Finanzkrise mit dabei oder die Dotcom-Babel, da ging es stärker runter. Aber Zinssenkungszyklen sind für die Märkte eigentlich nicht gut, weil die Frage ist, warum senkt man die Zinsen? Das ist der große, dicke Elefant, der im Raum steht, den man aktuell nicht sehen möchte, weil man nur sagt, kaum Sache, die Zinsen werden gesenkt. Nur das Warum, das möchte man aktuell noch nicht sehen und das Warum zeigt uns eigentlich die Historie ziemlich deutlich und das Basisszenario diesmal ist es anders. Von der Wahrscheinlichkeit ist es das eigentlich das unwahrscheinlichste Szenario und mit der ersten Zinssenkung wird es erst problematisch. Mal gucken, die erste Zinssenkung ja Ende des Jahres irgendwann ist jetzt die Basisannahme. Anfang des Jahres war es ja im März geht es schon los. Also jede Woche ein neuer Termin hin und her. Am Ende ist es ganz, ganz anders. Wir haben jetzt zehn Monate schon ein Pivot, gehen in den elften Monat Pivot hinein, historische Mittel liegt bei acht. Also sehr wahrscheinlich der Zeit, bei der wir uns immer hier präsentieren, wird er ganz anders ausfallen. Der wird vom Markt vorgegeben und er wird uns dann auch überraschen und dann die ersten Zinssenkungen werden dann nicht positiv für den Markt sein, weil der Grund für diese Zinssenkung dann der akute sagen, ist es die Konjunktur, kommt die Rezession? Ich weiß nicht, ob die Rezession kommt, aber definitiv laufen wir in eine Eintrübung hinein. Wenn wir in die Eintrübung einlaufen, dann hat das eben auch die Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne, die viel zu euphorisch sind, viel zu optimistisch sind und dann muss es da auch schon Anpassungen geben. Dann kommt eine Rezession, das hat man natürlich überhaupt nicht eingepreist. Man hat ja ein mega Softlanding-Szenario eingepreist oder ein No-Landing-Szenario sogar schon. Das wäre natürlich eine bittere Pille, weil die Unternehmensgewinne dann natürlich noch umso stärker leiden. Wir haben also vermutlich der Zeitplan, den wir jede Woche hier wieder neu präsentiert bekommen, wird ganz anders ausgefallen und vermutlich sind wir an der Zinswende schon viel näher dran, als wir denken. Das wäre meine kleine Annahme. Schauen wir auf die neue Phase. Wir haben jetzt Mai, Sell in May and Go Away. Ja, Mai-Phase ist aber eigentlich die Komponente Mai, die Zeitspanne Mai bis Oktober und es ist in der Tat die schwächste Phase des Jahres, diese Statistik geht zurück bis 1950 bis aktuell, wo es dann wirklich wenig Performance gibt, aber zwischen Mai bis Oktober ist es auch gerne mal etwas, natürlich eine volatile Phase, aber es ist die Phase, wo es eben die wenigste Rendite gibt. Also wir kommen jetzt in eine Rendite-schwache Phase hinein, aber im Wahljahr ist es gerne mal etwas anders. Da haben wir hier Juni, Juli, August, gerne fester, September, Oktober dann wieder sehr schwach, war im letzten Jahr ja auch so, dafür ist dann Mai aber auch noch schwach. Mal gucken, und vor allem die ersten beiden Mai-Wochen gehören historisch gesehen wie zu den schwachen Phasen. Jetzt stehen wir gerade punktlich in den Mai hinein, sind wir, haben wir ja am Anfang gesehen, an die Widerstände herangelaufen. Mal gucken, wenn dieses Muster recht hat, dann wird es nicht sein, wird man durch die Widerstände vermutlich nicht kommen, sondern bereihen ab und sehen dann vielleicht nochmal die Tiefpunkte aus dem April beziehungsweise, wenn wir dort sogar durchbrechen, eine weitere Abwärtswelle. Also mal schauen, umso interessanter, wo wir aktuell stehen, also im Wahljahr, wo wir sind, sell in May etwas besonders, normalerweise, das ist ja die schwache Tendenz, die schwache Phase, diesmal im Wahljahr ist der Mai schon schwach, dann Sommermonat etwas fester und dann hinten raus wieder zum Wahltermin hin, das wird sicherlich auch ein bisschen politisch die Börse, dann eigentlich auch wieder schwächer. Nun gut, was wir auch haben, ganz wichtig, haben wir Apple gerade Buybacks gepusht, das pusht natürlich die Aktienkurse und ist ein wichtiger Punkt auch, die meisten, größten Käufer im US-Aktienmarkt sind die Unternehmen selbst mittlerweile und das Buybacks-Fenster öffnet sich Richtung Ende April, äh, Ende April, Richtung Ende Mai wieder zu 100%, aktuell um die 50%, Ende Mai wieder um 50%, würde vielleicht auch passen in dieses Muster, nach Mai dann wieder festere Kurse. Mal sehen, bis es eben doch irgendein Marktereignis gibt, was dann hervorsticht und was dann auch für schnelle Zinssäckungen sorgen wird. Schauen wir auf die Termine der nächsten Woche, was haben wir, bisschen weniger steht an, da kann man vielleicht das alles ein bisschen sacken lassen und ein bisschen bewerten, was wir so gesehen haben seit April, die schwachen Konjunkturdaten, ist das Thema Inflation größer, ist das Thema Zinssäckung größer als Konjunktur, dass wir die Konjunkturfrage noch weiter nach hinten schieben können oder drückt dieses langsam nach vorne, könnte man so ein bisschen einsortieren, was haben wir für wichtige Daten, letztendlich steht wirklich nicht viel an, auch die Earnings, die laufen so langsam etwas aus, wir hatten ja die Auftragseingänge aus der deutschen Industrie und die Industrieprotektion werden Dienstag und Mittwoch gemeldet, wir haben China-Handelsbilanz, sicherlich wichtig für die weltweite Konjunktur, für die Bank von England mit ihrem Zinsentscheid und ansonsten ja EZB-Protokoll ist noch dabei und ja Uni Michigan, Vertrauen, Konsumenten, Klima, auch mit der Inflationskomponente wäre vielleicht noch der wichtigste Satz, also nächste Woche von Terminkalender etwas weniger los, aber sehr, sehr viele Notenbankssprecher, die wir haben. Nun gut, das soll es gewesen sein, das Video soll nicht viel länger werden, gerne ist eure Meinung gefragt, in den Kommentarspalte, was meint ihr, wie geht es weiter? Schaut technisch natürlich jetzt eine interessante Frage, ob die Konsolidierung direkt fortgesetzt wird, wie gesagt, direkt an die Widerstandszone sind wir jetzt angekommen, noch nicht drüber, kommen wir rüber, ist auf alle Fälle des Jahreshochs wieder denkbar, ich persönlich gehe fest davon aus, dass wir eher so eine hochvolatile Phase halten werden, wäre sehr dankbar, weil das kann man in beiden Richtungen sehr gut traden und, also die schautechnische Frage und natürlich die Frage, Thema Historie, Thema Konjunktur, Thema Zinssenkung, was meint ihr? Kommt die Zinssenkung schneller? Ist der Markt zu sehr auf die Geldpolitik fokussiert und vergisst das große Thema, warum diese Senkung dann kommen muss? Die Eintrübung der Konjunktur, die momentan sehr rasch erfolgt, sehr stark erfolgt, ist das bloß eine kleine Delle? Bremsen wir das aus oder ist das wirklich der Abwärtstrend in der Stagnation, in einer Rezession? Schreibt es gerne mal hinein, würde mich interessieren. Die Historie mahnt definitiv, dass man sich nicht zu sicher sein sollte, vor allem das Softlanding, No-Landing-Szenario von den letzten Jahrzehnten ein sehr unwahrscheinliches Szenario in dieser Gemengelage. Das muss ja nicht in einem Weltuntergang wenden, sicherlich nicht, aber dass man jetzt ein solides Wachstum hat und ein sehr starkes zweites Halbjahr sehen kann beim Unternehmensgewinn, das ist dann durchaus zu hinterfragen und dann sind wir wieder bei der Bewertungsfrage. Wir sehen uns gerne hier wieder auf diesem Kanal zum Shortcheck dann für alle Kanalabonnenten oder eben auf tradingportal.net in meiner Trader-Community. Da verpasst ihr nichts. Von früh bis Abend bleibt ihr informiert und bekommt meinen Research-Bereich, meine Infos zum Marktgeschehen, meine technischen Analysen, meine Trading-Setups, alles mit dabei. Ersten Link in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis bald und ciao.